Jaaa, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Letztes Mal hatten wir ein paar Capture-Probleme und ich möchte wieder einmal euer Feedback hören. Wie sieht das denn mit der Tonqualität, mit der Bildqualität, mit der Qualitätsqualität, mit dem Stottern und allem verhält? Lasst mir das gerne in den Kommentaren da, denn ich möchte einfach nun die optimale Lösung für meine momentane Situation finden. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon loslegen. Wir sind gerade im Kalzertal und ich denke mal, wir begeben uns nochmal auf die Gerudo-Hoch-Ebene. Hier, pfff, versteckt der Je-Ach, keine Ahnung, wir finden da schon was, würde ich sagen, oder? Das hoffen wir doch mal hier. Hier, einen Sockel. Und den Blutmond, den überspringen wir. Aber was haben wir denn hier, außer zwei Wölfe, die glaube ich. Und drei sogar. Oh, das wird ja mal besser mit euch. Ja, jetzt habt ihr Angst, ne? Jetzt überfallt ihr mich nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Einen Sockel, der befindet sich hier beim Kalzertal, im Prinzip zum Versteck der Jäger. Und dann auf so einem kleinen Mini-Plateau. Habe ich den jetzt gefunden? Jener, der nach Macht sucht, möge den hellen blauen Stein darbieten. Du, kein Problem, ne? Das können wir einrichten. So, hell und blau, das ist ja quasi wie ein Leuchtstein. Ich habe gehört, dass Leuchtsteine relativ hell sein sollen, weil... Naja, ne, die leuchten, ne? Und blau waren die... Meiner Meinung, 27 Bär... Oh Gott, haben wir Edelschneine. ...das im Dunkeln leuchtet. Ich sehe, wie er... Egal, funktioniert anscheinend trotzdem. Deswegen würde ich sagen, da haben wir ein Schrein entdeckt und wir gehen nun in diesen Schrein. Hineaaah, haha. So. Und uns erwartet nicht eine einfache Prüfung. Dafür einen Leuchtstein irgendwo drauf zu legen, wäre das natürlich auch. Nur wäre das schon ein bisschen wenig Anforderungen, denn... Shijito hat eine Prüfung für uns. Wieso muss man denn jetzt Rasen mähen? Zweierlei Bomben. Warte mal, das ist so ein bisschen... Ich sehe hier... Baaaaaah, ich mähe gleich mal euren Rasen. Das ist ja... Baaaaaah. Ey, wisst ihr? Da lasse ich mir extra Zeit, da ich mir... Oh, der Nachbar mäht Rasen, ne? Lass mal warten, damit man das dann nicht hört, damit man das nicht auf den Sack geht. Ne? So, jetzt mach ich das. So, jo, dann nehm ich auf. Jetzt überlegt sich der Nächste. Hey, ich hab doch erst gestern geweht. Da kann man doch noch mal drüber mähen. Hier, da ist ja, da ist ja ein Schnäppchen des Meeres. Ach, keine Ahnung, jetzt tut mir leid. Ja. Ich soll bei denen wohl auch mal mähen. So. Dü, 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 dü. Wir haben eine Hoshis-Plattform. Na dann mal los, ne? Hier, mach mal was. Okay. Was ist hier drin? Und ich würd' sagen, das ist eigentlich eine ziemlich einfache Aufgabe, beziehungsweise die Prämisse ist ziemlich einfach. A Bombe! Gucken! Boom! Ja. Das Schöne, das... Das ging doch mal ganz gut, ne? Das kann man... Das kann man so machen, ne? So, der nächste Raum hat... Dasselbe für uns... Ach, jetzt muss ich das blind timen. Na gut. Dann kriegen wir auch hin. Irgendwie. Äh... Sagen wir mal... Pfff... Zwei. Eins, zwei. Pfff. Easy peasy lemon squeezy. Ich bitte euch, Leute. Bis jetzt läuft das doch famoos. So, dann gucken wir noch mal in den letzten Raum dieses Schreins hinein. Wir haben wieder einen Schießerli und noch einen Schießerli und noch einen Schießerli und sowieso ganz viele Schießerlis. Okay. Ich verstehe. Ich... Verstehe. Was wir hier benötigen sind zweierlei Bomben. Ihr merkt schon, ihr merkt schon, ja, das System, ne, das funktioniert alles. Die bleibt da sogar liegen. Das ist natürlich, äh, praktisch. Oh. Ne, das ist jetzt ein bisschen doof, ne? So, pass auf. Ähm... Nein! Oh, Linky Boy. Reiß dich mal zusammen hier. Wir können ja nicht immer durch die Gegend springen. So, die legen wir da drauf. Die fliegt da rein. Ne, oder auch nicht. Ah, haha. Sehr schön. Ja. So gefällt uns das. Dann können wir... Jetzt sei mal nicht zu übermütig. Mr. Schießdings, Böhrings, Dödeldings. So, die bleibt da nämlich drin liegen und dann können wir die hier schön jonglieren lassen. Oh, da kann man ja auch, ne? Da kann man ja eigentlich mal so... Während unsere Rundebombe sicher ist, machen wir uns also auf den Weg nach oben. Wechseln auf die Rundebombe. Und jetzt müssen wir das Timing treffen. Das Timing... Nein! Oh, oah! Das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Aber das korrigieren wir direkt. Korrektur! Sehr, sehr gut. So. Jetzt nochmal das ganze Setup von Neuen. Ne? Da nehmen wir mal hier, ne? Die eckige Bombe des Todes. Zack. Warum habe ich das jetzt gemacht? Übermut tut selten gut. Ja, das bestätigt hier, sehe ich, wieder einmal. Jetzt müssen wir nämlich zweimal zerbomben, das Ding. Ähm, aber wenn wir... Ja, wir haben ja genug Bomben, ne? Wo ist das ja hier nicht, ne? Das ist für uns ja gar kein Problem. So, bleibt das Ding da mal liegen. Dann nehmen wir uns nochmal die Rundebombe des Todes und hoffen, dass ich diesmal nicht zu blöd bin. Ne? Das, äh... Das soll in gewissen Situationen helfen. So, wo ist die Rundebombe gerade? Okay. Jetzt ist sie sicher. Dann können wir die zünden. Sehr, sehr gut. So, und dieses Mal versuchen wir es mal, äh, hinzubekommen. Oh, jetzt haben wir den Moment verpasst. So. Und damit haben wir den Schrein dann auch gelöst. Na, dann ist doch mal gut. Dann verlassen wir diesen Schrein auch direkt wieder, würde ich sagen. Also, wenn das nicht mal easy peasy lemon squeezy war, dann weiß ich auch nicht. Und, da wir momentan nicht so wirklich ein Ziel haben, würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir ein Ziel haben. Bis dann. Na, was haben wir denn da, schönes Leuchtennis? Am Horizont von Hyrule. Ich meine, die beiden Totenköpfe, die sind mir eigentlich ziemlich egal. Allerdings haben wir ein Schrein. Ein Schrein ist in der Nähe. Das ist mir auch schon aufgefallen. Schreinradar. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. So, ich bitte euch nochmal, in die Kommentare zu schreiben, ob die Qualität besser geworden ist. Und auch die Bildqualität von der, ne? Bildqualität her. Denn, wenn ich das so gucke, würde meine Eröffnung mit Detail ziemlich groß. Dann wäre natürlich schön, wenn es das dann auch wert wäre, weil sonst kann ich ja einfach, ne? Weil ich wieder ein bisschen runterschrauben, die Regler. Und wenn wir dann zu einem gleichen Resultat kommen, dann, ne, ne, ich habe mich halt weniger Speicherplatz verballert. Alla diese Mondsäbel. Egal. Betreten wir den Kimakosa-Schrein. Oder Kosasa-Schrein. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, oh. Ist alles unter Wasser? Das war ich nicht. Okay. Ähm. Das heißt, keine Elektrowaffen und Kyro-Modul zur Verteidigung. Das kriegen wir noch hin, oder? Können wir auch mal hier... Können wir erst mal das Master Sword auswählen. Und dann können wir den... Wächterchen, ne? Das Wächterchen hier auch mal zerstückeln, ne? Das ist ja... Das ist ja kein Problem für uns, ne? Sinnlose Kampfprüfung. Das ist ja quasi unser dritter Vorname. Hey! Hey, ich piek dich gleich mal! Mal sehen, was du dann sagst. Warte mal. Ach, das war Sprengen, ich Idiot. Plups! Ja, wow. Jetzt läufst du da voll rein wie so ein Idiot und ich bereite... Eigentlich wollen wir es ja schnell machen, ne? Eigentlich wollen wir es ja schnell machen. Eigentlich wollen wir es... Ja, schön. Schnell machen. Geh, damit... Und damit sind wir den K2, ne? Auch mal los. Stand da nicht gerade, dass er noch ein Neues? Hat er aber nicht so lange gehalten. Was macht er den Kreisel, oder was? Wow! Warte mal. Wenn wir schon mal im Kampf sind, ne? Dann könnte man ja auch... Gegebenenfalls... Eine Kampfausrüstung tragen. Gründemann die Gründemann in Erwägung damit man auch nicht dann so viel Schaden reingedrückt bekommen der Habe sie haben die in die Verlangen schon wieder noch ein bisschen Schaden hier reindrücken mit der Spinner Attacke mit der auch noch zerbrochen macht jetzt den Auflader den Kreiser macht den Auflader dann ist das Ding ja schon entschieden wenn er den ansetzt das ist ja gar kein Problem für uns also wirklich gar kein Problem die paar Kleinteile die er uns überlassen nehmen wir auch noch mit dann gucken wir mal schildtechnisch ob da erst nur ein Wächter Schild Plus mehr da kann man gegen ein Wächter Schild Plus Plus tauschen wird das macht ja schon einigermaßen Sinn wenn man nicht wenn ich das so sagen darf so dann plündern wir noch kurz diese Ruhe Kuhwasser drin ist 100 Rubine ja die bringen uns unserem Ziel von den 10.000 Rubinen näher um die letzte Fee zu äh zu bekommen und dann würde ich sagen verlassen wir den Schreiben wieder sooo 16 Zeichen der Bewährung haben wir damit schon und ein frierenden Linky Boy den wollen wir natürlich nicht die ganze Zeit frieren lassen aber Linky Boy die führen wir dann erst im nächsten Part von Zelda vor ich denke zwei Schreine dort ist schon eine ganz okaye Quote wie gesagt lasst mal eure Meinung zu der Qualität von meiner Stimme äh vom Bild von allem bitte in den Kommentaren da damit ich das für mich selber evaluieren kann wie ich das jetzt besser mache wenn ich auf die Statistik komme haben wir immerhin schon einmal konstant die 30 fps gehalten das heißt keinerlei Sprünge oder ähnliches kein stottern im Video das ist doch schon mal etwas sehr sehr schönes was mich freut ja und was kann ich dann dazu noch sagen außer tschüss und wie gesagt lassen wir was in den Kommentaren da und nochmal tschüss Tschüss, tschüss, tschüss.